So! Das noch und dann ist Kassos dann befreit. Mustard! Guck mal, jetzt haben wir auch einen anderen Hubi. Hubi. Ein neuer Hubi. What? Also jetzt gibt's auch RPG-Männer, ne? Ja. Schön gelöst mit der Säge. Neos. Nein, Neos ist tot. Auf der Seite explodiert einfach so spontan. Ja, spontane Selbst explodiert. Ja. Tja, daraus lernt man, zerstör nicht die Brücke auf der du stehst. So. Ich bin so allein. Fuck! Ich wollt doch nur die Muni haben. Guidi. Das bringt dir aber nix, wenn du sie noch nicht benutzt. Jetzt kannst du doch deinen tollen Skill mal benutzen. Ich weiß aber nicht, wie er funktioniert. Brücken. Angriff jetzt. Und jetzt. Hallertig. Ich wollt grad sagen, den wollt ich aber eigentlich auch nur tot sehen. Du musst den Boden unterbrechen. Ja. So ungefähr, ne? Na. Na, 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 na! Na, du hast die Kreise ge... Da! Da! Warte, sie! Aber sie... schützt mich! War das jetzt extra? War das jetzt extra? Natürlich alles extra. Natürlich alles extra. Wie komm ich jetzt hier rüber? Vielleicht da oben? Irgendwo. War vielleicht mal was. Ähm. Das ist dein Plan, ja. Das ist dein Plan, ja. Nimmst du hoch? Oh. Sag gut! Ich bin da dran,. Ich bin da dran, ja. Ich bin da dran. 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 Die Rakete sollt in die Luft gehen! Super, helfisch! Ich mach dich auf! Dankeschön. So und jetzt in die Seige springen. Wir kommen jetzt mit in der Kurs. huu, St тип Charter Typ Charter GHeHeh Hashtag is gut BKN VNNNNine Weil es eine Pause zwischen ihnen gibt, ne? Sie ist gefüllt mit Blut Näääääää Okay, super! Freifahren da rum Ich liebe diese Momente! Aaaaaah Hahahaha Lass doch die armen Männer einrohen Es geht viel zu systemisch daran Ja Einfach reinrennen und töten Ich hab den Rambo schon mal raus Hängen lassen Hä? Warum ist die denn durch dich durch? Hm? Ist durch dich durchgegangen Was? Sick Ich bin nur sehr übel, ich muss durch Was hat er genau gesehen? Ehh! Boon doch bros Du bist kacke Hahahaha Du bist kacke Hahahaha Du bist doppelt da! Ach! Ach, die Doomdok-Groos Ach, die Doomdok-Groos Oder Eisklein was Eisklein was Eisklein was? Anspielung auf die Eisklein was Deswegen haben die auch Hammer Ups Bohohoho Ich hab zwei Leben praktisch Ich hab zwei Leben praktisch Wenn ich so mache Nein, wieder Okay Jetzt darf meine Boden wegschießen sie natürlich Sie sterben So, da ist der Teufel Der lacht dreckig Hahahaha 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 Eine Minute, zwei für so ein Medi-Level Du hast mich auch gebracht Hahahaha Ich hab mir alles kaputt gemacht Ach man, diese Ah, Säge Ja Ich will nicht Robocop sein Robocop ist down Ich klebe an ihm An wem? An wem? An den Gegner Halt gerade Das geht nicht down Der ist da in der Mitte, das ist der Boss Tja, wie komme ich denn da hoch? Leitern Ja Andere Richtung Hahahaha Hahahaha Fall doch einfach mal hoch Das ist so... Warum hat der alles so sch... Hahahaha Oh super Das ist echt Hahahaha Das wird wieder so eine egelhafte Stage Hahahaha Hahahaha Das wird wieder so eine Egelhafte Stage Hahahaha Hahahaha Warum stirbst du nie an den Sägen? Ich stirb immer an den Sägen. Wir haben schon verzögerte Bilder. Ich bin Dynamik, Mann. Jetzt springe ich einfach hier durch. Das ist sehr effektiv. Bist du getötet? Äh, die will ich am liebsten weg haben. Die selbe. Gut, du hast alles wahrscheinlich weg. Ah, da bist du, ist der Typ. Oh, da bist du noch eine Flagge. Oh, da bist du noch eine Flagge. Oh, da bist du noch eine Flagge. Nein, ich bin Jana Jones. Ich hab verloren. Oh, da bin ich wieder. Oh, da bin ich wieder. Okay, das existiert nur noch leicht. Das wackelt alles so. Oh, da bin ich wieder. Na, du hast dich inzwischen. Jetzt mach deinen Skill die ganze Zeit. Nein! Oh, mich soll ich wieder. Wo bin ich? Hier unten. Oh, da bin ich wieder. Maaaann. Aber das Level ist schwerer, wenn man zu zweit ist. Ach, Mann. Kann ja nicht mal runterkommen. Was? Du, mich schissen ab. Was? Hm. Warum kann er jedes Mal schießen, wenn ich oben bin? Weil er da drei von diesen Kanonen hat. Die müssen wir direkt manchmal irgendwie kaputt machen. Ich kann da dodgen. Machete! Kennst du Machete? Ja. Machete! 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 Jetzt haben du gewonnen. Ah, du ne. Woh! 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 Warum kommen die so weit runter? Ich hasse, dass ja alles kaputt ist. Woh! 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 Ah, Dynamiten, Mann! Woh! 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 Wohl! Woh! Unten ist noch ne Geisel. Könnte aber eventuell auch gut sein, ja. Hohoho. Super. Gut, 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 wir haben gewonnen. Ja. Ja. Doch. Das sieht doch gut aus. Und rein. Nice. Ja. Wie noch Mietmann. 1 zu 40, das verfälscht die 20 Minuten wegen. Das war ein Level. Ja, jetzt machen wir wieder ganz nach unten. Sind das schon die A, ja. 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 Ja.